Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Gold Express mit Alex und Kunran. Hallo. Gold Express ist eine Mischung oder beziehungsweise ist ein Dead by Daylight Klon mit einem Hauch von... Oh, ich muss einen anderen Charakter nehmen. Oh, das ist doch... Ja, weil der Random, glaube ich, meinen Charakter hat. Ist auch nicht schlimm. Mit einem bisschen Cyberpunk. Es geht darum, dass wir als Überlebende Daten hochladen müssen, die wir natürlich erst mal sammeln müssen. Und der Killer muss das Ganze verhindern. Gespielt wird auf den unterschiedlichen Maps mit sogar unterschiedlichen Ebenen. Und an roten Würfeln, dort sammelt man Energie und an blauen Würfeln gibt man diese ab. So, ich hole gerade zum Beispiel Daten. Ja, ich sammle Daten. So. Ich habe zwei Würfel, habe ich mir schon schnabuliert. Ich setze mir mal einen Teleporter auch schon direkt. Ich habe jetzt einen anderen Charakter bekommen als sonst. Deswegen. Wadab. Da war ein hier. Noch einen zweiten. Was den Killer hatten wir denn? Haben wir es gesehen? Ne, das sehen wir, glaube ich, nicht. Er hat auch mal direkt hoch. Man kann bestimmte Aktionen mit Energiepunkten schneller machen. Die Energiepunkte sind in der Mitte. Ich habe gerade vier. Die brauche ich aber auch... Wir haben wieder einen dicken. Die brauche ich aber auch, um meine Fähigkeit zu nutzen. Wo bist du? Ja, ich höre Alex. Er hat gerade kassiert. Unten ist Alex. Ja, Alex ist ganz unten. Mit F kann man sliden. Das haben wir gerade auch gesehen. Er hat gerade eine Falle gelegt. Und die Gegner sind super langsam. Wir kriegen auf jeden Fall gleich den ersten Cube. Ich glaube, ab zwei Cube gibt es Airdrop. Dann kriegen wir ein paar Perks. Okay, der Killer macht es auf Hardcore. Ja, komm mal hoch. Dann kann ich dich schneller aufheben, wenn der gleich Daumen ist. Kostet aber auf jeden Fall gut Zeit. Ne, ich kriege mich weg. Der geht voll auf einen. Also, der lässt sich ab. Ich glaube, der Killer wird gar nicht wissen, wo die Teleporter sind. Und, komm mal hoch. Ja, das ist vom Link. Wenn du wirst. Oben bin ich, genau über dir. Genau, bin jetzt links. Ja. Je mehr ich Alex aufhebe, desto weniger, sag ich mal, krypto-ähnliche Energie verliert er. Wenn es keine Daten mehr von ihm gibt, ist er raus. Deswegen, ich versuche, da mehr die Daten herzustellen. Und dafür nutze ich aber meine Energie, geht ein bisschen schneller. Unten ist ein Ding fast durch gewesen. Ja, ich habe auch ein Ding. Ich werde nicht aufs andere hin. So, bist du auch hier? Ja, du verlierst, du blutest nicht, ne? Äh, ne. Die Airdrops sind jetzt halt da. Das ist schon mal ganz praktisch eigentlich. Ich lade mal weiter hoch. Dang. Fuck, der ist auch. Er kommt zu mir. Ja, er ist bei mir, er ist bei mir. Wo führt dein Vater hin? Lass mich durch. Geh durch, geh durch, geh durch. Wir können durch, alle beide durch. Wie lange dauert es denn? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend geht es nicht. Oder muss man E drücken? Oder ist er gar nicht für dich? Wunden? Ich bin mies. Schon alt. Danke. Ich glaube, wir sind mehr durch. Ist der Boss mit nach unten gegangen? Äh, der, äh, der Boss. Ja, ganz nach unten. Ja, okay. Ach, come on. Wie, wieso gehen wir fort denn jetzt? Er hat den schon wieder kaputt gehabt. Ja, und ich schaff's nicht anzusetzen. Ich werde jetzt gleich down sein. Bin down. Äh, haben wir uns gegenseitig verkehrt? Nein, nein, meiner. Schau mal. Was muss ich wirklich, dass ich das wirklich nehmen muss? Sind die alle ganz oben? Äh, ja. Wo ist der Typ gewesen? Unten? Ganz, ganz unten. Der kann sich irgendwie schnell porten, glaube ich. Wo seid ihr? Wie komme ich nach oben? Das kostet mich hier Krypto-Energie. Da bist du nicht. Ich sehe dich leider auch nicht mehr. Ja, ich bin jetzt gleich oben. Da, kommt hinter uns. Fax. Ich bin oben. Könnt ihr mich beide angehen? Schneller. So, vielen Dank. Oh, Kunde hat noch so einen Kern. Booth rate of blocking pathways. Kern habe ich, ja. Ich habe beide noch. Ne, Kunde hat einen mit unserem Random. Das Geräusch dazu, mei. Das ist geil, ne? Teleportieren dauert. Das ist nicht innen drin. Ah, okay. Einfach drin stehen bleiben. Ja. Ich habe keine Krypto-Energie da. Der Killer, ich glaube, ich habe einen Radar aufgesammelt. Ich nehme mich dann zu. Ja, kommt da. Ja, es gibt ein Fehler, dass du den Killer siehst, nachdem du was zu verladen hast. Hä? What the fuck? Wie hat der mich getroffen? Ach, der Killer kann durch die Wand schlagen. Der hat so eine richtig langen Arme. Ja, er gilt mich, leider. Ich bin zum Tod jetzt wahrscheinlich. Okay, irgendeiner versteckt sich da im Gras. Als ob der sich nicht sieht. Der ist ganz unten. Kunde, bist du ganz unten? Ja. Heil mich mal. Ich muss auf Wiederheilung, glaube ich. Obwohl... Ja, doch. Alex ist falsch gelaufen. Der ist ganz oben gerade. Ja, ganz oben. Ich bin, glaube ich, immer noch verletzt. Jetzt nicht mehr. Ja. Wir können hier hochladen. Er ist genau über uns, ne? Ich habe keine Würfel. Ja, das macht nirg. Wir helfen kann man trotzdem. Wir können trotzdem helfen. Genau. Es braucht noch einer dran. Aber es bringt weniger, glaube ich, nach. Doch, doch. Es geht schneller. Lass unser Mate aufheben schnell? Wo ist er? Ich höre ihn. Ich habe jetzt alle meine Abilities benutzt. Ich habe alle meine Fähigkeiten benutzt. Er ist über uns. Na, hallo, wie viel Leben hast du noch? Äh, 50 Prozent, genauso wie du. Ich brauche zwei Fähigkeiten. Kann der eine Cube kloppen? Äh, dropp lieber für Kuh dran. Er ist in der Tat noch über uns, ja. Ben, ja. Er läuft über uns lang. Er ist getrobt unter dir. Ja. Ich glaube, ich kann einen Telepoder hier unten in die Mitte setzen. Kommen wir zumindest nach ganz oben. Hier ist ein Teleporter in der Mitte des Raumes, da wo ich gerade war. Der portet dich nach oben. Schneller kommst du nicht von unten nach oben. Wenn er nicht weiß, wo der Porter ist, können wir ihn eigentlich noch austricksen. Kann er den auch benutzen? Nee, aber der kann ich kaputt machen. Scheiße, Alex, kannst du hochkommen? Ja, ich versuche gerade eine Treppe zu finden. Der Teleporter ist unten mittig, weil ich verbringe gleich. Ja, der Gegner ist genau in der Mitte. Warte, ich versuche gerade... Hier ist eine Treppe. Ich bin nach unten, theoretisch kann... Ja, ich werde verbluten, wenn nicht einer hochkommt. Bin da? Alex... Der Typ kommt, glaube ich, gleich hoch. Er hat hier alles hier... Lass den mal boosten, den hier. Naja, wir sehen ihn aus irgendeinem Grund manchmal. Ich glaube, wenn er irgendeine Fähigkeit benutzt, kann es sein. Kommt zu uns, glaube ich. Wieder einen hochgeladen. Und zwei. Das wird aber hart, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ich bin tot, wenn ich das nächste Mal down gehe. Ja, ich auch. Wir brauchen noch eine Energie. Ich habe noch einen. Wir müssen nur so ein Ding... Nehmt ihr den Lift? Ja eben, was war das? Es gibt einen Lift hier an der Stelle. Irgendwas hat sich... Eigentlich mein Telepottel, war das hier irgendwo, oder? Okay, wenn man rennt, sieht man es wirklich. Ich sehe das bei dir gerade instant. Ich warte jetzt hier kurz. Tschüss, alle... Ach, da ist er. Loll. Du hast ihn gefunden, Lolle. Alex, tschüss. Ja, tschüss. Das hat sich ja gelohnt. Gut, aber da weiß ich jetzt wenigstens, wo beide sind. Ich habe noch einen Punkt, wie gesagt. Wir können doch irgendwas machen, aber ich weiß nicht, ob hier oben noch einer ist. Ja doch, derselbe geht doch immer noch. Rechts von dir. Oder ist der weg? Der ist weg. Ach, steht da, haben wir zwei hochgeladen. Wo ist er? Ich finde einfach nichts mehr. Oh, wie kann man da runterfallen? Es gibt auch insgesamt nur noch zwei Generatoren. Ja, da müssen die ganz unten sein. Geh mal durch den Lift. Wo ist er? Er muss die ja bekämpfen, oder? Ich bin genau hinter ihm gedroppt. Geiler Shit. Ist er unten? Ja. Hier mal, siehst du die beiden auf einem Fleck? Ja, da hinten ist er. Wir sehen ihn. Alex, komm hier hin. Genau da, du rennst auf den nächsten Spieler. Renn, 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 renn. Hier, hier, hier ist ein Teleporter. Das geht relativ zügig. Das geht nicht relativ zügig. Darum dauert das jetzt so lange. Ich glaube, wenn er in der Nähe ist. Ja, genau. Ich glaube, ich bin in der Nähe. Ich glaube, ich bin in der Nähe tot jetzt. Du müsstest tot sein. Ich habe einen Cube-Final. Ja, nee, ich lebe noch. Aber ich bin ein Jahrchen-Intern tot. Bist du? Bleib stehen. Steh um. Er ist hier noch, er ist hier noch. Wo ist er? Er sieht. Hatte ich so gedacht, das ist immer voll gemeint. Sieht er mich doch vielleicht? Oh fuck, er ist hinter mir jetzt ja. Weil er mir in den Straits gefeuert ist? Oh, ich bin ihm in die Arme gelaufen. Sieht so einen gelben Dunst. Ja, tut man doch gelb ist, wenn du rennst. So, wie geht der Teleporter jetzt schneller? Er braucht es von mir. Nein, 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 da kann man nicht drüber. Ja stimmt, Rennen macht eine gelbe Spur. So oder so, die sehe ich auch. Ja, wahrscheinlich auch. Der Mädel ist gerade ganz unten, der könnte sich holen, wenn du da umgehst. Oh, guck du hin, also ich brauche die Energie. Oh, Conor hat ihn abgehangen, oder? Nope. Oh ja, will jetzt das Ganze runterlaufen. Hilf mir mal, lieber so einen Robin-Cube zu sehen, Alex. Äh, wisst du? Ja. Oh Gott. Ich kann die Kamera leider nicht so sehen. Die geht auf jeden Fall jetzt runter, wo Kunder gerade ein Monster hier rum eiert. Der ist genau links von dir. Ach, die Energie. Links von dir ist dagegen auch, glaube ich. Ja, aber da muss ich hin. Ich bin nicht mehr gekommen. Nee, glaube ich nicht. Doch. Also er verfolgt gerade einen. Ja, aber das bin ich. Ich guck mal kurz, kommt man zu? Er hat den jetzt gekillt. Instant. Ich habe ihn abgehangen. Also wirklich diesmal. Er sucht aber, glaube ich, noch. Das schon. Mal gucken, wo können wir dann? Da ist der Fahrstuhl. Links, ne? War gerade nicht da. Ich glaube, jetzt da ist Teleporter, oder? Ja. Damit kommst du, glaube ich, ganz nach unten gerade. Er ist aber noch bei Dalu irgendwo, der Typ. Toll. Er kommt wahrscheinlich jetzt hochkunden. Das ist schlecht. Er hat mich da gerade auf dem Fahrstuhl gesehen. Ja, guck mal, dann kann man doch jetzt den Teleporter nehmen, wenn er hochkommt. Kommt er hoch? Nicht, dass er in der zweiten Teil aufsteigt. Ja, die Frage ist, man weiß nicht, wie schnell er ist, oder wie. Ich höre ihn hier irgendwo stampfen. Das funktioniert? Okay, der Sichtfeld scheint sehr klein zu sein. Ja, ich glaube, er spielt Ego-Sicht. Okay. Der Kinder ist First Person. Oh, warte. Toilettenport. Mein Problem ist, ich finde halt nichts mehr. Er ist in der mittleren Etage gerade. Wahrscheinlich. Was ist das? Wo ist ein Kuhnracken? Ich bin ganz oben, aber hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ja, da ist oben, glaube ich, unten. Ja. Ich glaube, auch, das ist unten. Das oben haben wir, glaube ich, alles geschafft. Aber kannst du ihn nach oben locken? Keine Ahnung. Ja, wenn du lang rennst, oder? Ich kann ja in die Reimer rennen, weil hier ist er ja nicht. Also bei mir ist auf jeden Fall sowohl Energie, er ist bei mir. Oh, das wird nichts, oder? Nee. Der Porter geht nicht, also. Wo ist der Lift? Der kommt. Ich kann ihn ablenken. Oh nein. Also erstmal kann ich die Energie hier aufzuholen. Lalu ist tot. Du musst jetzt Energie holen und irgendwas hochladen. Wir hätten von vornherein geschickt, da hochladen. Also nicht, dass wir unten alles offen laden. Er muss nur unten sein. Die anderen Etagen sind irrelevant. Flying trucks are coming. Ja, weil du alleine bist. Ja, und weil wir 5 von 7 haben. Muss ich da unten zu der 25? Wir sehen es nicht mehr, leider. Nee, das ist kein Truck. Das ist ein Perk zum Aufheben. Kleinen Trucks siehst du, die werden oben sein. Da oben ist das blaue Licht. Da ist eine. Da ist eine. Und da steht wahrscheinlich der Typ jetzt genau. Glaube ich nicht. Jetzt gibt es zwei. Wie lange dauert es? Nicht so lange. Ah, klar. Da wird schon dann hochgeladen. Und nun? Wenn ihr herkommt. Ah, okay, das ist das Ende. Das ist das Ende. Ja, das war ein kleines Hörnchen Gold Express. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr die erste Runde gut fandet, ist gerne ein Like da. Schreibt euch allen vorbei. Bis dann, macht's gut. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschau. Vielen Dank.